Hi, Matthias hier. Ich möchte jetzt hier in diesem Video mit dir über eine vollkommen falsche Annahme sprechen. Schau, welches die meisten Geschäftsführer mal unbewusst mit sich herumtragen. Und zwar, dass man wirklich nur gute Mitarbeiter für wahnsinnig viel Geld in sein eigenem Unternehmen einkaufen kann oder ja für sich gewinnen kann. Ich sehe zumindest diesen Denkfehler auch häufig bei neuen Coaching-Teilnehmern. Ja, aktuell, wo ich jetzt dieses Video aufnehme, wir haben Stand November 2020 und im Durchschnitt kommen 50 neue Coaching-Teilnehmer, 50 Geschäftsführer zu mir, zu uns ins Coaching. Ja, und schau, viele Unternehmer da draußen, die denken, dass gut ausgebildete Fachkräfte gerne mal nur in großen Unternehmen, vielleicht sogar, ich würde behaupten, in größeren Konzernen arbeiten wollen, weil der Irrglaube da ist, ich habe einen sicheren Job und ich kann dann dort auch mehr Geld verdienen. Aber die Wahrheit ist doch eine ganz, ganz andere. Schau, wirklich gute Mitarbeiter und vertrau mir, ich weiß, wovon ich spreche. Ich meine jetzt wirklich, ja, qualifizierte persönlich, aber auch von der Leistung her, die gewinnst du garantiert niemals übers Geld. Ganz ehrlich, die gewinnst du nie, nie übers Geld. Warum? Wenn wir uns jetzt mal, ja, Rahmenbedingungen in einem großen Unternehmen anschauen, vielleicht mit 100, 500 oder, ja, 1000 Mitarbeitern. Bei dieser Unternehmensgröße, da sind die Abläufe so in Stein gemeißelt und so klar aufgesetzt. Ja, du kannst dich da nicht entwickeln. Du bist da eine ganz konkret einfach nur, du bist da eine Nummer in deiner Personalakte, ja. Und du hast ebenfalls, ja, angestellte Führungskräfte, Vorgesetzte, die selber nie etwas entscheiden dürfen, die selber vielleicht keinen Bock haben, ja, und vielleicht auch fachlich gar keine Ahnung haben. Wie gesagt, die werden dir einfach nur vorgesetzt. Ja, wenn du da etwas jetzt Neues, was Innovatives reinbringen willst, was bekommst du da zu hören? Stopp, 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 das bleibt so, stopp. Ja, das haben wir immer schon so gemacht. Und ganz ehrlich, wen gefällt das? Wer arbeitet da? Ja, Leute nur, ja, die irgendwo nicht mitdenken wollen. Leute, die wenig Verantwortung haben wollen, übernehmen wollen. Leute, die einfach ihre Zeit absitzen auf gut Deutsch und möglichst wenig arbeiten wollen, ja. Also ganz ehrlich, willst du diese Person in deinem Unternehmen haben? Ich glaube, definitiv nein. Nein, schauen wir uns jetzt Bedingungen, Rahmenbedingungen in einem kleinen Unternehmen an, vielleicht ein Handwerksbetrieb, 10, 20, 30 Mitarbeiter. Ja, also ganz ehrlich, da steht ja sonderlich noch nicht viel, ja. Die Aufgabe des Mitarbeiters ist es doch dort, klare Abläufe zu schaffen, sich zu verwirklichen. Und ganz ehrlich, du kennst deine Kollegen auch alle mit Vornamen. Hier kannst du direkt auch den Inhaber, also den Geschäftsführer sprechen und er kann selber Entscheidungen treffen. Er kann selber sein eigenes Geld in sein eigenes Unternehmen investieren, weil er hat Bock. Er hat wirklich wahnsinnige Lust darauf, natürlich, dass sein Unternehmen sich entwickelt. Und schau, wer arbeitet da gerne? Natürlich, Leute, die Lust auf ihre Arbeit haben, eine hobbyhafte Haltung und die etwas voranbringen wollen, die mitdenken wollen. Und genau diese Personen, diese Menschen willst du in deinem Unternehmen haben, oder? Also, niemand in meinem Unternehmen, und da bin ich mir ziemlich sicher, arbeitet nur wegen dem Geld. Ich habe nur Top-Mitarbeiter. Warum? Weil die ganz genau wissen, sie können hier etwas aufbauen. Weil sie ganz genau wissen, dass, ja, mir ist das egal, ob die jetzt mal 10 Minuten länger Mittagspause machen, ganz ehrlich. Sie wissen es, dass meiner Meinung nach und das ist meine feste Überzeugung, wir hier wie eine Familie sind und wertschätzen, miteinander umgehen. Und damit potenzielle Mitarbeiter das genau überhaupt wissen, damit sie das checken, dass diese Faktoren bei dir auch gegeben sind, musst du das natürlich auch den Mitarbeitern immer verständlich rüberbringen. Ja, ganz ehrlich, du kannst ihnen ja nicht einfach sagen, schau mal her, bei uns ist alles familiär und, ja, ganz ehrlich, du kannst deine Ideen einbringen. Ich glaube, das steht doch in jeder Stellenanzeige und das funktioniert heute nicht mehr. Also, du brauchst dafür, so wie ich es in meinem Büro, hier habe ein Kreativbereich in deinem Büro, wo die Mitarbeiter auch mal innovative Dinge selber ausarbeiten können. Du brauchst vielleicht auch mal ein Video, wie dieses hier ist, ja, was dich, dein Unternehmen in einer ganz anderen Art zeigt, wie du auftrittst, wie du kommunizierst, wie du mit deinen Mitarbeitern umgehst. Und wenn du jetzt Hilfe brauchst, wenn du wissen willst, wie man, ja, guten Mitarbeitern aufzeigt, dass man ihnen genau das bieten kann, was sie suchen und sie sich dann auch, ja, intrinsisch motiviert, dafür entscheidend bei dir anzufangen, ohne, dass du dafür vorher mit ihnen erstmal über, ja, das Gehalt oder das Geld gesprochen hast, ganz ehrlich, dann können wir dir helfen. Denn wenn du ein Handwerksunternehmen hast, ein Familienunternehmen oder vielleicht bist du selber Dienstleister, dann können wir dir zeigen, wie das bei dir aussehen muss, wie das aussehen kann. Bei unseren Kunden funktioniert es, also, dann wird es bei dir auch funktionieren, ja, alles, was du dafür jetzt machen musst, ist einfach auf www.matthias-aumann.de zu gehen, einen Termin für ein kostenloses Geschäftsführergespräch zu buchen, ja, und wir schauen einfach gemeinsam, wie du das konkret umsetzen kannst in deinen eigenen Betrieb, so, dass du zu einem Mitarbeiter-Magneten wirst, glaube mir, willst du es schnell machen, ja, dann machst du es vielleicht alleine, willst du aber verdammt weit kommen, eine langfristige Vision, große Ziele, dann brauchst du ein Team und das sind gute Mitarbeiter und das wünsche ich dir, gehe jetzt auf www.matthias-aumann.de und buche dir dort ein kostenloses Erstgespräch. Liebe Grüße.